Die nächsten zwei Wochen werden es absolut in sich haben. Es kommt alles zusammen. Wir haben die Präsidentschaftswahlen am 5. November. Wir haben die US-Arbeitsmarktdaten an diesem Freitag. Wir haben die Tagung der Bank of Japan. Wir haben eine riesige Welle an Big-Tech-Ergebnissen von AMD, Apple, Amazon, Google, Meta-Plattforms, Microsoft, PayPal. Die Liste ist lang. Also, die Woche wird volatil. Wir starten zumindest am Montag schon einmal freundlich in den Tag. Boeing meldet außerdem eine gewaltige Kapitalerhöhung. Das war allerdings auch erwartet mit der Aktie nur leicht im Minus. Die nächsten zwei Wochen an der Wall Street werden es in sich haben. Es kommt alles zusammen. Wir haben eine riesige Welle an Big-Tech-Ergebnissen. AMD, Apple, Amazon, Meta, Google, Microsoft, PayPal, Ebay. Alle melden im Tech-Sektor und damit die Schwergewichte, mal abgesehen von den vielen Standardwerten, die auch Zahlen melden. Caterpillar, Caterpillar, Mastercard, Visa, um nur einige zu nennen. Gleichzeitig haben wir an diesem Freitag die US-Arbeitsmarktdaten für den Oktober, die es auch in sich haben könnten, wenn man bedenkt, dass wir zwei Hurricanes hatten und immer noch der gewaltige Streik von 33.000 Maschinisten bei Boeing. Und nicht zu vergessen natürlich die Präsidentschaftswahlen am 5. November, die immer noch sehr offen sind, was das Weiße Haus betrifft. Die Wettmärkte signalisieren anhaltend Donald Trump weit im Vorteil. Hier nochmal predicted 60 Cent auf Trump, 43 Cent auf Kamala Harris. Wenn man sich die Quoten anschaut von Polymarket, liegt Trump bei 66 Prozent im Vergleich zu etwa 43 Prozent für Harris. Trump liegt also nach wie vor im Vorteil. Große Schlagzeilen am Wochenende über die MAGA Rally im Madison Square Garden, die große Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump, die in den Medien, selbst auch in den Medien, die eher republikanisch dominiert sind, zu einer Welle der Entrüstung führt. Die Daily News spricht von einer Rally des Rassismus. Stephen King schreibt, dass Donald Trump die schlimmste Horrorgeschichte sei, die er je geschrieben hatte. Wir haben Politico und Associated Press auch mit scharfer Kritik an der MAGA-Veranstaltung. Man spricht von vulgären Bemerkungen auch gegenüber Harris und von Rassismus. So die Politico und Associated Press spricht ebenfalls von Rassismus. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wenn man sich das dann selbst mal anhört. Und ich bin ja nun Börsianer und kein politischer Berichterstatter. Fokussiere mich also in erster Linie auf die Wirtschaftskomponente. Aber immer wieder, wenn Trump kritisiert wird, heißt es, die Medien seien nicht objektiv, das sei alles billig Propaganda. Die Frage ist natürlich, wer Information mit Wahrheit verwechselt und die Medien generell als Propaganda verstehen. In dem Moment kann jeder Politiker sagen, was er möchte, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das ist die Kehrtseite der Medaille. Und ich muss sagen, für mich, jemand, der seit 30 Jahren in den Vereinigten Staaten lebt, sehe ich das mit Bedenken und, um nicht zu sagen, auch mit ordentlich Gänsehaut. Also, die Wettmärkte signalisieren weiterhin Donald Trump sehr weit vorne. Wenn man sich die Wahlumfragen anschaut, sieht es allerdings anders aus. Da liegt Trump vereinzelt leicht vorne. Wir wissen also nicht genau, wie der Wahlkampf ausgehen wird. Vor allen Dingen, ob wir dann tatsächlich auch schon nach dem 5. November gleich das Ergebnis kennen. Wenn es ein knapper Wahlkampf wird, im Jahr 2020 wurden die Wahlen mit etwas mehr als 40.000 Stimmen entschieden von drei Bundesländern. Wenn es ähnlich knapp wird, dann kann es durchaus auch einige Tage dauern, bis wir letztendlich gesehen wissen, wer Präsident der Vereinigten Staaten sein wird. Fest steht im Grunde nur eins. Die Mehrheit im Senat wird mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit in den Händen der Republikaner bleiben. Die Demokraten liegen im Repräsentantenhaus einen Hauch weiter vorne. Es kann also durchaus sein, dass wir in der Tat eine rote Welle bekommen, dass also Donald Trump Präsident wird. Und dass wir eine Mehrheit der Republikaner im Senat und Repräsentantenhaus bekommen. Das ist nicht das Idealszenario der Wall Street. Der Wall Street ist immer lieber, wenn wir eine Partei im Weißen Haus haben und eine andere Partei mehrheitlich entweder im Repräsentantenhaus oder im Senat, um letztendlich gesehen noch ein gewisses Gegengewicht zu haben zu dem, was im Weißen Haus entschieden wird. Man muss sagen, dass mittlerweile so ziemlich jede Karotte vor der Nase gehängt wird. Ob das nun realistisch ist oder nicht, ist vollkommen egal. Die Idee von Donald Trump, die gesamte Einkommenssteuer in den Vereinigten Staaten abzuschaffen, um dann letztendlich gesehen das alles durch Einfuhrzölle wieder reinzuholen, ist natürlich rein betrachtet aus Wirtschaftsgesichtpunkten vollkommener Blödsinn und so auch nicht wirklich umsetzbar. Aber es schürt zumindest mal den Gedanken an, dass dadurch auch erstens Inflation weiter angefacht wird oder wieder angefacht wird und dass vor allem die Defizite unter Trump wesentlich höher ausfallen werden als zum Beispiel unter Kamala Harris. Also es bleibt spannend im Präsidentschaftswahlkampf hier in den Vereinigten Staaten. Die treibenden Faktoren für die Börse sind andere. Punkt eins, haben wir immer noch Ergebnisse, die überwiegend positiv ausfallen. Wir haben das Wirtschaftswachstum immer noch auf Kurs. Punkt zwei, der dritte Faktor, Stimulus verabreicht durch China, aber eben auch durch die Defizitpolitik in den Vereinigten Staaten. Zwei Faktoren bremsen. Punkt eins, die Bewertung ist mittlerweile sehr hoch, zumindest auf Index-Ebene. Und der zweite Faktor, die Renditen der Staatsanleihen heute Morgen im zehnjährigen Bereich in der Spitze bei 4,28 Prozent. Die Renditen drücken also langsam nach oben. Wir sind jetzt eine gute Stunde nach Handelsstart wieder leicht zurückgefallen auf 4,24 Prozent. Aber die Frage ist, warum steigen die Renditen? Hängt das schon zusammen mit den Fiskaldefiziten des Jahres 2025? Und der Tatsache, dass weder Trump noch Harris das Thema auf der Agenda haben, ist es ein ungemütliches Thema? Oder liegt es wirklich nur daran, dass die Wirtschaft stark ist und an Dynamik gewonnen hat? Und eigentlich müssten die Renditen der Staatsanleihen darauf basierend auf einem niedrigeren Niveau sein. So, jetzt wird diese Woche noch sehr spannend. Die Ergebnisse habe ich schon angesprochen, aber wir haben auch die Arbeitsmarktdaten für den Oktober am Freitag, die wie gesagt durch den Hurricane, zwei Hurricanes und durch den Streik bei Boeing mit beeinflusst werden könnten. Freitag wird hier also auch mit spannend sein. Und ich bleibe mal bei Boeing. Wir haben die letzten Wochen oft darüber berichtet. Jetzt ist die Kapitalerhöhung da. 19 Milliarden Dollar basierend auf den Schlusskursen vom Freitag. Bedeutet, man wird etwa 14 Milliarden Dollar in Stammaktien ausgeben und etwa 5 Milliarden Dollar in wandelbaren Vorzugsaktien. Es war klar, dass Boeing das machen muss. Man munkelte von 15 bis 20 Milliarden Dollar. Jetzt sind es also 19 Milliarden Dollar. Die Aktie ist schwächer, aber nicht deutlich schwächer, weil es in weiten Teilen erwartet wurde. Außerdem haben wir Medienberichte anscheinend überlegt, Boeing das Raumfahrtgeschäft zu verkaufen, um sich auf das Rüstungsgeschäft und auf die Zivilluftfahrt zu fokussieren. Man will dadurch, wenn es denn stimmen sollte, das berichtet das Wall Street Journal, letztendlich gesehen, verschlanken, um sich auf die anderen beiden Sparten zu fokussieren. So, wir haben in dieser Woche ja die Ergebnisse von Google und Apple und Amazon. Bei Apple haben wir heute Morgen Analystenkommentare von JP Morgan. Hier heißt es, dass im abgelaufenen Septemberquartal, das jetzt also gemeldet wird in dieser Woche, dass man hier die Erwartungen des Marktes schlagen dürfte. Aber die Schätzungen für das anbrechende Dezemberquartal sind wahrscheinlich zu hoch. Die Nachfrage für das iPhone 16 sei schleppend angelaufen, habe sich seitdem zwar gebessert, aber die Aussichten dürften trotzdem verfehlt werden. Die iPhone-Umsätze für das erste Quartal für das Fiskaljahr Q1 dürfte unter den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street liegen. Interessanterweise bleibt der Analyst aber trotzdem bei der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 265 Dollar. Und ich bleibe mal in diesem Universum. Tesla, Elon Musk war am Wochenende auch im Madison Square Garden auf der großen MAGA-Veranstaltung. Ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil man ja nicht vergessen darf, dass Elon Musk, übrigens auch Melania Trump, beide ja eigentlich ihren Visa-Status zu Beginn missbraucht haben, also eigentlich gegen das Gesetz verstoßen haben, jetzt aber gegen illegale Einwanderungen wettern. Tja, so können ein paar Jahre dann den Unterschied ausmachen. Aber gehen wir nochmal auf Elon Musk ein. Tesla heute Morgen bei dem kanadischen Investment House Canaccord eine Kaufempfehlung. Das Kursziel wird auf 298 Dollar angehoben. Man glaubt, dass im kommenden Jahren 2025, dass die Aktie im Vergleich zu den anderen magischen 7-Tech-Werten besser performen wird. Die Aktie in diesem Jahr war absoluter Nachzügler. Noch nicht mal der S&P konnte geschlagen werden. Man bleibt also dabei, Kaufempfehlung und das Potenzial bei Tesla sei noch nicht ausgeschöpft. So, ansonsten haben wir heute ON-Semiconductor mit im Fokus. ON-Semiconductor, Chip-Hersteller, fokussiert auf Industrie und auf den Autosektor. Zwei schwierige Bereiche. Das Gute für ON ist, dass ESML schon gemeldet hat. Die haben tatsächlich enttäuscht. Texas Instruments war auch enttäuschend. Aber die Aktie schloss am Tag der Ergebnisse im Plus, weil sich das Management zu den Aussichten leicht optimistisch geäußert hat. Im Vergleich zu Texas Instruments und ISML sehen die Zahlen von ON eigentlich besser aus. Im abgelaufenen Quartal das Ergebnis, der Umsatz, die Margen höher als erwartet. In dem jetzt angebrochenen Quartal werden aber sowohl die Umsätze wie auch die Gewinne und Margen leicht verfehlen. Leicht, aber immer noch besser als bei Texas Instruments. Die Aktie konnte heute vorbörsig schon die Kursverluste wettmachen. Ja, ansonsten haben wir Crowdstrike. Am Freitag hat also Delta Air offiziell eine Klage eingereicht über eine halbe Milliarde Dollar für den Softwarefehler, der bei Delta die Systeme lahmgelegt hat. Teures Spiel für Delta. Es war klar, dass diese Klage kommen würde. Crowdstrike stand am Freitag entsprechend unter Druck. Ansonsten haben wir Capri Holdings. Da gab es ja letzte Woche die Meldung, dass die Übernahme durch Tapestry blockiert wird. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Jetzt heißt es in den Medien, dass Capri Holdings wahrscheinlich einige Marken verkaufen muss. Hinter Capri steht unter anderem auch Michael Kors. Selbst möglicherweise wird das Unternehmen sogar von der Börse genommen, um dann quasi privat restrukturiert zu werden. Ich will kurz noch zu Crowdstrike. Den aktuellen Kurs etwa eine halbe Stunde nach Markteröffnung unverändert. Man sieht also letztendlich gesehen, der Markt hatte sich auf diese Klage bereits eingestellt. Na, ganz kurz noch ein Wort zu Spotify. Die Aktie wird heute auch zum Kauf empfohlen bei Wells Fargo mit einem Kursziel von 470 Dollar. Mit Übergewichten, das Kursziel vorher lag bei 420 Dollar. Übrigens ein beachtliches Börsenjahr. Die Statistik hier ist leider ein bisschen verschwommen von Bloomberg und von US Global Investors. Hier sehen wir mal, dass in diesem Jahr die Wall Street das beste Präsidentschaftswahljahr erlebt. Seit fast 90 Jahren, seit 1936 bei einem Anstieg von über 22 Prozent. Da sieht man auch, wie ungewöhnlich dieses Jahr ist. Historisch betrachtet, in einem Präsidentschaftswahljahr, wenn die Börse in die Wahlen hineinsteigt, gewinnt die amtierende Partei. Müsste also eigentlich dann in dem Fall Harris sein. Aber vieles kam in den letzten Monaten anders als gedacht. Wie oft gab es an der Wall Street schon ein Jahr, in dem der S&P über 20 Prozent zulegen konnte und der Goldpreis konnte gleichzeitig über 30 Prozent zulegen. Wie oft gab es das an der Wall Street historisch betrachtet? Noch nie, um es mal so zu sagen. Also wir sehen, dass viele Sachen in diesem Jahr mal wieder anders gelaufen sind. Ich will ganz kurz zum Schluss noch zwei geopolitische Faktoren mit aufnehmen, die heute auch wichtig sind. Einmal, der Angriff Israels auf Iran war vergleichsweise überschaubar. Man hat die Ölinfrastruktur und auch die Atomanlagen nicht angegriffen. Es dient also in erster Linie einer Deeskalierung der Lage. Und dementsprechend schwach sind die Ölpreise und die Erdgaspreise. Auch das hilft der Wall Street natürlich. Wir haben Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften, den Transportwerte im Plus. Dafür letztendlich gesehen die Energiewerte auf der Verliererseite. Und der zweite Faktor, auch das ist nicht zu unterschätzen. Die Bank of Japan signalisiert eine bessere Kommunikation, um letztendlich gesehen Überraschungen, wie wir sie im August hatten. Die Überraschung der Zinsanhebung, die Yen-Stärke, um das zu vermeiden. Abgesehen davon, die politische Unsicherheit in Japan aktuell spricht dafür, dass die Bank of Japan diese Woche nochmals die Füße stillhalten wird. Der Yen ist also schwächer und schaut euch mal die Korrelation an. Der Yen, der Yen Carry Trade, also Geld ausleihen auf Yen Basis und der Nasdaq und die Tech-Werte geht es beim Yen runter, geht es normalerweise bei US Tech bergauf. In diesem Sinne, ich wünsche einen guten Start in die Handelswoche. Bis dann und ciao. Bis dann.